Hi, ich bin Daniel Wingate, hier gerade für zwei Wochen neue Laden aufgemacht. Wingate ist eine Kollektion, das inklusiv und exklusiv für München ist, aber auch getreten in Amerika, im Middle East und andere Länder und ich teile den Laden mit Kunst, das ist mit Christian Muscheid aus München und auch mit Schoenburg, das ist die ganzen Möbel herum hier, das ist alles Made in Bavaria und eine Schmuckdesignerin, die aus Berlin kommt mit der Idee Made in Germany und einfach Deutschland zu Puschen in die Corona-Zeit, dass wir einfach die kreative Power von das Land einfach hier darstellen kann und es würde mich freuen, wann ihr vorbeikommt. Wir sind jeden Tag auf von 10 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr. Danke sehr. Danke. 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 Danke.